moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen neuen spot mit der fernlick ladung zeigen wie ihr euch unsichtbar machen könnt und die zombies sich vor euch versammeln ohne dass die fernlick ladung kaputt gehen kann als allererstes müsst ihr packer punch aktivieren dann drückt ihr den roten knopf und dann müsst ihr auf eure waffe tote leitung drauf machen geht dann in die spielhalle tötet ein zombie mit tote leitung hier neben den automaten so dass sie ihn aufladen ihn benutzen könnt dann benutzt den leute und fahrt mit der fernlick ladung in den tv-shop wo ich ihn fahre und dann müsst ihr nämlich diesen lüftung schachter einmal kaputt machen das macht ihr einfach indem ihr euch davor stellt und dann geht es kaputt so jetzt braucht ihr noch eine zweite fernlick ladung dann begebt euch dorthin wo ich hingehe und jetzt müsst ihr nämlich den glitch machen leute ihr braucht eine waffe die schnell wechselt zum beispiel eine mp die shotgun oder messer so jetzt müsst ihr nur noch die fernlick ladung aktivieren und kurze zeit später also ganz schnell danach die waffe wechseln also leute fernlick ladung aktivieren danach ganz schnell auf waffe wechseln und dann habt ihr kurz die fernlick in der hand und ihr wechselt zu der waffe wenn das bei euch auch so aussah dann habt ihr alles richtig gemacht jetzt müsst ihr mit der fernlick ladung einfach hier rein fahren rechts in die ecke und ihr müsst euch genau so hinstellen wie ich leute unter diesem regal so ein bisschen weiter nach vorne und danach die fernlick ladung sprengen und wenn ihr das richtig gemacht habt dann bleibt sie da so wenn ihr euch jetzt hier in die ecke stellt dann versammeln sich alle zombies vor euch oder die kommen rechts vom fenster von euch raus oder die sind hier links in dem tv shop am fenster so das war's dann mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lass doch ein like da schreibt mir die kommentare und für alle die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020